dialog 1 wo hast du die frischen brezen geholt die sind super direkt vom bäcker gleich bei mir um die ecke ist ein kleiner laden da ist immer alles ganz frisch und es ist auch gar nicht so teuer und diese kekse hast du dir auch dort gekauft nein die sind von rossi du hast recht sie sind richtig lecker dialog 2 was ist los eleni warum hast du es so eilig ich muss auf dem weg nach hause noch einkaufen morgen ist ja feiertag ach ja stimmt wohin gehst du zum supermarkt in der heine straße da krieg ich gleich alles was ich brauche wart noch einen moment ich komme mit ich brauche auch noch was beeil dich um acht schließt der supermarkt ich komme ja schon in einer viertelstunde schließen sie schon dialog 3 wir haben fast kein papier mehr wir brauchen auch buntes papier für den drucker kannst du das bitte besorgen ich habe vor einer stunde die bestellung erledigt hast du auch buntes papier bestellt ja klar und noch viel mehr und wann liefern sie die sachen sie haben gesagt dass alles heute noch kommt das geht sehr schnell beim büro profi büro profi das ging ja schnell heute sie müssen wir hier noch den empfang bestätigen wo muss ich unterschreiben hier bei empfänger und das ist ihr paket wo kann ich es hinstellen es ist ziemlich schwer da habe ich gestern rausgebracht und du eleni wir müssen wieder mal richtig einkaufen die liste ist schon ziemlich lang ja stimmt weißt du was gehen wir morgen gemeinsam frühstücken so um zehn und dann kaufen wir ein hast du lust das können wir gerne machen ich möchte wieder mal auf den markt am walter platz gehen warst du schon mal dort nee ich interessiere mich nicht für märkte ach das macht doch spaß finde ich nicht ich gehe lieber in den supermarkt da bekomme ich alles was ich brauche im gleichen geschäft oder sollen wir einfach alles online bestellen das ist am bequemsten das mag ich aber nicht ich kaufe lieber direkt bei den produzenten ein das gemüse ist schön frisch und und ganz schön teuer das stimmt nicht vielleicht kostet es mehr aber es ist alles frisch auf dem markt sehe ich mir die produkte an und kann sie oft auch probieren dann entscheide ich mich was ich wo kaufe ich unterhalte mich auch gern mit den verkäufern ja ja du bist einfach ein markt fan ich habe keine zeit mich mit verkäufern zu unterhalten und ich finde es praktisch wenn alles im regal steht komm doch mal mit ich überlege mir das noch immer musst du überlegen entscheide ich doch einfach mal hallo und herzlich willkommen beim büro profi für bestellungen wählen sie bitte die 1 bei fragen zu unseren produkten wählen sie bitte die 2 und bei fragen zu ihrer lieferung wählen sie bitte die 3 büro profi mein name ist schmidt was kann ich für sie tun schönen guten tag dumitru hier firma k&l dienstleistungen ich habe eine frage ich habe heute eine sendung von ihnen bekommen sie haben wie immer schnell geliefert aber sie haben leider die falsche ware geschickt sagen sie mir bitte zuerst ihre kundennummer ja das ist die 45678 502 ich habe fünf packungen gelbes und fünf packungen blaues papier bestellt aber sie haben kein blaues papier geliefert sondern weißes wir brauchen aber dringend blaues papier moment bitte ja sie haben recht es tut mir leid das ist unser fehler was schlagen sie jetzt vor frau dumitru wir schicken ihnen sofort die richtige ware natürlich kostenlos ohne liefergebühr in zwei stunden haben sie die das waren noch fünf packungen blaues papier oder ja genau und dann nehmen wir das weiße papier wieder mit gut dann machen wir das so danke für ihr verständnis auf wiederhören auf wiederhören 1 wir haben schon wieder keine milch mehr 2 wo hast du den kuchen gekauft 3 kannst du bitte ein paar kulis bestellen 4 und wann liefert die firma die sachen 5 warum hast du es so eilig 6 warte einen moment ich komme mit dialog 1 wer kommt jetzt dran bitte ich glaube ich bin dran ich hätte gerne entschuldigung ich war vor ihnen da das tut mir leid das habe ich nicht gesehen aber könnten sie mich vielleicht vor lassen ich brauche nur ein paar bananen na gut wenn sie es so eilig haben vielen dank dass es sehr nett keine ursache dialog 2 schauen sie mal hier steht dass dieser joghurt bis zum 12 april gut ist und heute haben wir den 13 april sie haben recht das habe ich übersehen dann holen sie sich doch bitte einfach einen anderen aus dem kühlregal genau diesen joghurt gibt es aber nicht mehr und mein sohn will immer unbedingt diesen gut dann nehmen sie den joghurt mit ich darf ihn sowieso nicht verkaufen ja gern danke hallo und herzlich willkommen bei unserer serie klein aber fein in der wir euch interessante kleine geschäfte vorstellen heute sind wir bei birgit in ihr müsli laden danke dass wir hier sein dürfen birgit ja klar gerne birgit dann erzähl uns doch gleich mal was das besondere an deinem laden ist hier bei mir könnt ihr euer müsli selbst mischen ich habe alles hier was man so für ein tolles müsli braucht und was man im müsli haben will kann man dann selbst entscheiden und für die leute die sich nicht so gern selbst entscheiden habe ich auch sehr leckere müsli mischungen für alle möglichen situationen zum beispiel ein müsli für frisch verliebte oder ein müsli für menschen die im prüfungsstress sind birgit wie bist du überhaupt auf die idee gekommen ein laden aufzumachen schon als kind habe ich es geliebt sachen zu verkaufen ich habe stundenlang mit meinem kaufladen gespielt ja ich hatte auch einen aber meine freunde wollten die bezahlen dann hat mir das sehr schnell kein spaß mehr gemacht meine kunden bezahlen zum glück immer ja mit diesem laden habe ich einen kindheitstraum wahrgemacht die idee ist ja nicht neu müsliläden gibt es schon viele aber hier bei uns gab es noch keinen und da dachte ich mir das probiere ich einfach mal und wie läuft der laden denn hast du genug kunden am anfang war es schwierig aber jetzt bin ich sehr zufrieden ich habe genug geld letztes jahr bin ich sogar einmal in den urlaub gefahren machst du dann den laden zu wenn du im urlaub bist nein ich habe zum glück eine mitarbeiterin das ist eine studentin die manchmal abends oder samstags kommt und die eben auch da sein kann wenn ich im urlaub bin wenn dein laden so gut läuft hast du denn schon mal überlegt noch einen zweiten laden aufzumachen nein das wäre mir zu viel stress aber mein freund macht gerade eine homepage für mein geschäft bald kann man mein müsli auch im internet bestellen wow müsli im internet das ist ja super dann danke dir birgit für das gespräch und viel erfolg weiterhin danke auch in Vielen Dank.